Hey Freunde, ich heiße euch willkommen zur 14. Folge vom Final Fantasy 16 Let's Play und es wird krass. In der letzten Folge, da war ja Benedikta, sie ist irgendwie ausgerastet und hat sich wieder zu Garuda verwandelt, obwohl Clive eigentlich ihre Kräfte absorbiert hat. Dann ist ein heftiger Sturm und Tornado entstanden und Clive wollte sich da irgendwie ins Auge des Sturms begeben und hat irgendwie gespürt, dass der Mörder seines Bruders hier ist. Der Feuerdominus, der sich gerade genau vor uns befindet. Der Weg hier wurde, also eigentlich waren Sid und Torgal bei uns, aber durch Trümmern wurde der Weg zu denen uns abgetrennt und jetzt müssen wir alleine weiter. Wir, wow! Yo, das war Garuda! Das hat uns, das hat mich richtig erschreckt. Wie riesig war sie? Da hinten, zu ihm wollen wir. Das ist der Feuerdominus. Es ist echt krass hier, wir befinden uns mitten im Sturm. Komm schon, Clive, das kann dich nicht aufhalten und Garuda geht wieder auf uns drauf. Ja, aber sie ist so riesig. Und wir können uns nur langsam fortbewegen. Und was sucht dieser Feuerdominus eigentlich genau hier? Wow, 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 es fallen von überall Trümmer auf uns. Da hinten ist er. Wow, 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 alles wackelt, die Erde. Wird komplett erschüttert. Ich hab dich. Und er kann nicht weiter. Wer ist er überhaupt? Ist das überhaupt ein Mensch? Du rufst mich! Warum? Jetzt nicht. Wer verbirgt sich dahinter? Was hat sie denn erwischt? Nein, oder? Und wir scheinen nochmal gegen sie kämpfen zu müssen. Ha, Clive fängt direkt an, sie anzugreifen. Ja, und die Musik auch noch so episch. Ich mag solche Atmosphären sehr. Das wird krass, Freunde. Wie riesig sie ist. Ja, mit unseren neuen Fähigkeiten können wir ja hochgehen zu ihr. Wow, 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 wow. Ich will auf keinen Fall besiegt werden. Ausgewichen. Benutzen wir alle unsere Fähigkeiten. Wieder ausgewichen. Wow, sie ist so nah an uns. Wieder ausgewichen. Kurz teleportieren. Und was kommt da jetzt? Fataler Sturz. Größere Gegner kommen ins Schwanken, wenn ihre gelbe Willenskraftleiste unter 50% sinkt. Benutze Garudas fatale Umarmung, um einen schwankenden Gegner umzuwerfen und ihn für weitere Attacken verwundbar zu machen. Ah, okay. Dann müssen wir, soweit ich weiß, Kreis drücken. Genau jetzt. Dann macht man das hier. Dann zieht man sie nach unten. Das ist krass, Mann. Wow, 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 wow. Wow, das ist richtig krass und hilfreich. Wir konnten wieder ausweichen. Perfekt. Wieder. Es läuft sehr, sehr gut, aber trotzdem müssen wir vorsichtig sein. Wieder. Komm schon mal. Und ihr Kampfgeist ist gar brach. Können wir das wieder machen? Ich glaube nicht. Aha, die Fähigkeiten können wir sogar in der Luft verwenden. Das ist krass. Torgal ist ja nicht bei uns. Ich glaube, ich benutze einfach meinen Heiltrank. Ich habe irgendwie Hälfte meines Regens schon verloren. Mann, das ist komisch. Okay. Wow, was geschieht jetzt? Sie greift an. Windschlag. Davon dürfen wir hier nicht getroffen werden. Nein, 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 nein. Was tue ich da? Ich gehe einfach rein. Was soll ich jetzt tun, Mann? Ah, okay. So, diese kleinen Explosionen kommen auf uns zu. Ich gebe sie so lange von der Ferne an. Wow, wow, wow. Super Trank. Genommen, okay. Vielleicht muss ich so rumlaufen. Nein, nein, nein. Sie hat uns getroffen. Gar nicht gut. Komm, wir müssen angreifen. Okay, das können wir ausweichen. Das denke ich nicht. Das schon, gut. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir kurz wieder das hier machen. Mit der Garuda-Fähigkeit. Wenn wir Kreis drücken, dann zieht er irgendwie an ihrem Kopf. Das ist krass mit so einer Kralle. Kurz die Kombo. Es läuft gut, es läuft, es läuft ziemlich gut, aber... Vorsichtig sein. Die Gegner mögen es ja immer, später auf einmal neue Fähigkeiten rauszuhauen. Raus zu hauen. Okay, konnten wir ausweichen. Nein, nein, nein. Das nicht. Ich muss wieder einen Supertrank nehmen. Das wird knapp. Gut, Kampfgeist ist wieder gebrochen. Ey, es ist echt schwierig. Es ist auch alles so dunkel, ne? Aber umso cooler die Atmosphäre. Komm schon mal. Viel Leben hat sie nicht mehr, aber wir müssen auch vorsichtig sein. Komm, komm, komm. Okay, jetzt wieder aus der Ferne. Gut, wir konnten wieder... Oh, was? Wir konnten nicht ausweichen. Doch, doch, doch. Wir sind eigentlich ausgewichen, aber... Oh, Mann. Es ist alles so dunkel. Ich muss sie angreifen, damit der Kampfgeist gebrochen wird. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Mann. Einfach drauf. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Okay, jetzt geschieht da irgendwas. Sie scheint sehr schwach geworden zu sein. Vielleicht kann man Clive sie jetzt bezwingen. Jo, 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 jo. Sie fliegt. Und er sticht auf sie rein. Komm schon, man erledige sie. Okay, das haben wir geschafft. Wow, er hat einfach eine Kralle abgehackt. Wie stark ist er? Oha. Und er sticht in die Auge und hat sie bezwungen. Clive, ohne sich irgendwie zu verwandeln oder sowas, besiegt er so große Viecher. Oha. Und sie fällt runter. Oha. Das war irgendwie voll einfach für ihn. Scheint so. Aber was ist jetzt mit dem Dominos? Jo, sie lebt noch. Oha. Oha. Du bist nichts als ein Monster. Hat sich geheilt? Und ich kann nichts. Ich werde nicht aufgeben. Jo, entfesselt Clive jetzt seine Kraft. Er wache, sagt irgendeine Stimme zu ihm. Er wache, Kind des Schicksals. Das ist wieder das Monster in ihm. Er wache, Ifrit. Jo, er verwandelt sich. Ey, ich habe gerade so Gänsehaut vorhin bekommen. Wie stark wird er jetzt wohl sein? Wenn er sich schon als Mensch gefühlt besiegt hat. Zu was ist er jetzt fähig? Und das hier ist doch das Monster, was sein Bruder getötet hat. Ifrit. Und wir sind jetzt er. Oha. Kämpfer als Ifrit. Die Steuerung für Ifrit ist wie folgt. Viereck Nahkampfangriff, Dreieck Fernangriff und R1 ausweichen. Jo, Garuda. Sie kann sich schon mal verabschieden. Espersatz. Drücke Kreis, um große Entfernungen in einem Satz zu überwinden und dabei Schaden anzurichten, falls der Gegner getroffen wird. Okay. In andere Fertigkeiten. Eine Übersicht der Fertigkeiten, die dir im erwachten Zustand von Ifrit zur Verfügung stehen, findest du unter dem Reiter Fertigkeiten im Hauptmenü. Okay, gut zu wissen. Fernangriff. Wow, er ist richtig krass stark. Müssen wir ausweichen? Gut, das haben wir geschafft. Oh, wir konnten einfach abbrechen. Was ist, wenn wir Vierk drücken? Okay. Können wir das auch gedrückt halten? Nein. Machen wir mal einen Satz. Das ist ein Sprit. Komm schon her. Sie scheint Angst zu haben. Wow, 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 wow. Sie ist angegriffen. Machen wir mal die Feuerbälle aus der Ferne. Jetzt können wir drauf kommen schon mal. Ja, wir haben sie getroffen. Mit dem Nahkampf. Okay, er macht eine Kombo. Und hat sie weggeworfen. Bro, er sieht so krass stark aus. Guckt ihn euch an, Leute. Das ist ein Tier. Ein Hollywood. Oh nein, sie hat uns getroffen. Nein. Wir greifen sie an. Ich will nicht wissen, wie doll seine Faust wehtut. Wow, 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 wow. Tornados. Nein, nein, nein. Wir wurden getroffen. Aber wir haben sie auch erwischt. Komm schon. Und wir haben sie wieder erwischt. Ja, das ist so krass, dass man jetzt einfach R ist. Vernichtung der Welt. Die setzt zu einer super Attacke an. Aber bro, damit wirst du nichts gegen ihn tun können. Guckt euch ihn einfach an. Ihr habt doch schon Probleme gehabt gegen Klaifer als Mensch. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Ich wurde getroffen. Okay, okay. Das war eine krasse Attacke. Und wir können uns jetzt nicht heilen. Oh, da so. Okay, wir konnten das aber abblocken. Mit unserer Fähigkeit. Komm schon. Wir sind extrem langsam. Aber man kann diesen Sprint irgendwie aufladen mit Kreis. Diesen Satz. Wow, 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 wow. Gibt ihr einfach so einen Body-Slam? Und wir sind wieder bei ihr. Greifen sie an. Ihr seht einfach keine Chance. Trotzdem müssen wir aufpassen. Ich gehe mal nochmal drauf. Guckt euch das an. Wie weit wir einfach springen können. Jetzt sind wir so langsam. Komm, was tut sie? Gut, dass sich das... Gut, dass sich das negiert, wenn man... Wenn wir beide solche Angriffe machen. Okay, ich kann auch ausweichen. Gut. Leute, wie findet ihr das? Ich finde das so episch. So, 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 so krasse Monster. Und dass wir einfach mal ihn spielen. Und am Anfang des Spiels mussten wir sogar gegen ihn kämpfen. Das ist einfach so eine Bestie. Wie er auf die Felsen springt. Wie schnell er ist. Aber du bist so erledigt da, Bruder. Gegen so jemanden will niemand kämpfen. Sie kann zwar fliegen, aber er kommt easy hinterher. Obwohl er nicht fliegen kann. Und er greift wieder an. Wir greifen an. Was? Sie hat unseren Arm abgehackt. Wie hat sie das gemacht? Jo, das kann doch nicht sein. Aber er kann sich bestimmt heilen. Sie hat sich ja vorhin aufgeheilt. Er heilt sich sofort wieder. Jo, wie krass das aussieht. Erstmal den Knochen und dann kam auf einmal das Fleisch. Jo, und er hat ihre Attacke-Zeit einfach zu seiner Attacke verwandelt. Was, ein Monster. Und ihr Arm ist jetzt ab. Wo, 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 wo. Okay, sie hat sich auch regeneriert. Die können sich alle richtig schnell regenerieren. Was ist das für ein krasser Kampf. Aber sie scheint nichts mehr machen zu können. Aber wer weiß, Freunde. Jo, er meint es total ernst. Okay, wir müssen ganz auf Viereck drücken. Jo. Ein komplettes Entferno. Er nimmt sie komplett auseinander. Purgatorium. Er lässt sie verbrennen. Und ihr ganzes Leben ist ausgelöscht. Garuda bezogen. Schon wieder. Jo, wir haben wirklich sehr, sehr viel Erfahrung bekommen. Stufe erhöht. Sind jetzt Stufe 17. Und weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Jo, die ganzen Steine in der Luft. Fallen jetzt runter. Jo, das ist so krass. Schaut ihn euch an, Freunde. Er greift immer noch auf sie an. Ob sie Sid auch so verwandeln kann. Wir haben bis jetzt ihn immer nur in so einer Form gesehen, aber er scheint es zu tun. Vielleicht hat er sich da unter Kontrolle, wer weiß. Jo, da bin ich gespannt. Jo, der ist einfach aus wie so ein riesiger Magier. Schade, man. Ich dachte, er wird vielleicht wie so ein Monster aussehen. Aber er scheint sich komplett kontrollieren zu können. Jo, Sid ist wirklich heftig, krass stark. Der scheint die komplette Kraft in sich kontrollieren zu können. Jo, stimmt. Aber das tut ihm selber gar nicht gut. Aber Clive hat sich zurückverwandt. Ich bin einfach zu nett. Verdammte Scheiße. Jo, wie krass war das alles, Freunde. Oh, Clive. So lange hast du ihn gesucht. Und dann war er in dir selbst. Jo, er hat selber auch gesehen. Clive. Und sich nicht ausdenken. Ob sie noch am Leben ist. Und was ist mit dem Typen? Mit der Kapuze. Jo, sieht nicht gut aus. Das kannst du doch nicht gewollt haben, oder? Ich bin nicht aus. der Ehren, Mann. Einige Zeit später, okay? Belenus Höhe, heiliges Kaiserreich. Jo, wer ist das? Er hat meine Frage beantwortet. Bro. Jo, das ist mal ein König. Ja, und der verwandelt sich zu einem Drachen. Und er? Jo, jo, jo. Was für krasse Gestalten es hier gibt. Sein Pferd ist auch riesig. Jo, was für epische Gestalten und epische Kämpfe erwarten uns noch in dem Spiel. Der sieht gar nicht einfach zu besiegen aus. Der ist ja ein gruseligen Pferd. Der fliegt einfach mit dem Pferd. Jo, wie cool ist der bitte? Jo, deswegen die Welt von Final Fantasy ist so krass, Freunde. Habe ich euch gesagt. Jetzt kommt die Truppen. Jawohl. Eure Hoheit. Saboteure? Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich. Der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Alleine. So viele Krieger irgendwie. Wie das wohl alles enden wird? Wie wird Klaif wohl reagieren, wenn er zu sich kommt? Ich weiß. Oh Mann, er realisiert es. Ich habe Joshua. Na, endlich wach. Steckst ja voller Überraschung. Erst der Trick mit Garuda, dann... Was auch immer das andere war. Es wird nicht langweilig mit dir. Tores. Was? Töte mich. Ich war's. Ich habe ihn umgebracht. Er ist tot. Joshua, ich habe ihn getötet. Ich bin ein Monster. Und ich verdiene den Tod. Töte mich. Jetzt davor. Bitte. Bitte. Den Gefallen kann ich dir tun, wenn es das ist, was du willst. Aber erst wollte ich dir eine Kostprobe meiner zeitlosen Weisheit geben. Denn wenn du mich fragst, Junge, wer die Kraft hat, rumzuschreien, hat auch genug Kraft, sich nützlich zu machen. Sieh dich an. Bist zwar ganz gut gebaut, aber nicht mein Tief. Wir sehen uns in der Halle. Oh Mann, der arme Klaif. Und das hatten wir am Anfang befürchtet. Dass er seinen eigenen Bruder getötet hat. Natürlich hat er es nicht extra gemacht, aber irgendwie so ein Monster in ihm. Dieser Ifrit. Er war es. Was soll ich denn jetzt noch tun? Oh Mann, der arme Klaif. Das denke ich mir auch, was soll er tun? Die Früchte der Schuld. Blockierte Aufträge. Zu manchen Zeitpunkten sind bestimmte Nebenaufträge blockiert. Solange du noch nicht weit genug in der Hauptgeschichte fortgeschritten bist. Blockierte Nebenaufträge sind durch das Symbol gekennzeichnet. Okay. Ich kann ihn mir ja mal anhören. Okay. Klaif scheint sich ein bisschen beruhigt zu haben und wird mit Sid sprechen. Hier beenden wir die Folge, Freunde. Ey, es war unfassbar krass. Lass mich gerne wissen, wie ihr es heute fandet. Und ob ihr schon gespannt seid auf die nächste Folge. Oh Mann, was für eine krasse Hintergrundstory Klaif hat und jetzt hat er es selbst erfahren. Yo, yo, yo. Wo hat man so etwas schon mal gesehen, dass er seinen eigenen Bruder auf dem Gewissen hat? Natürlich nicht extra, aber was für eine Schuld er wohl in sich trägt. Ja, Freunde. Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, meine Freunde. Bis dann. Bis dann, meine Freunde.